Herzlich Willkommen zu einer kleinen Folge Sea of Seas und jetzt ist es gerade Abend. Hallo, wie fitter. Komm und entspann dich bei einem Grog. Du kannst dir sicher sein, dass alles, was du in Tesches Taverne zählst, auch in Tesches Taverne bleibt. Ja, also die Frau hat eine rauhe Stimme. Äh, Kuhkopfel. So, haben wir denn unser Kuhkopf? Das ist eine Waffe, das ist eine Waffe. Was ist denn mein Kuhkopfel? Kuhkopfel, ja. Ja, wir wollen nochmal. Oh, jetzt auch nehmen wir. Auf Ex, ja. Oh. So, wir wollen auch füllen. Okay, danke. Nein, ich werde nicht schießen. Ich werde nicht schießen. Lass das jetzt. Ich werde nicht schießen. Ui, ich habe gesagt, ich will jetzt nicht schießen. Upsala. Musik. Ich weiß nicht, wo man erinnert. Das geht gar nicht aus, das wird schlecht. ja ich glaube dass das nicht ach so übrigens in der schütte paris piratenkodex artikel 1 die sie ruft uns alle artikel 2 die see vereint uns zu einer großen community artikel 3 konflikte werden auf hoher see belegt ja also das heißt nicht hier vor der am hafen campen und dann abgeriefen ja aber das schneiden einige nicht alle kuhmitglieder sind ihm würdig der bund zwischen der kuh ist heilig und was aber doch so respektiert neue piraten und die reise die vor ihnen liegt und sieben betrüger sollen eine gerechte strafe finden nur sieben ich finde man könnte noch haben musik zu tun wir haben da viel zu wenig reingetan das werden eigentlich mein schiff geparkt größte mein schiff dann versuchen wir oben woran da geht noch mehr treppen immer noch mehr treppen seien es kann nicht alles sein da will ich nicht runter springen muss ja immer ein schiff rumstehen habe ich doch gepackt haben bananen bananen ich mag bananen liebe bananen mehr bananen geht nicht ach er macht ja geräusche das war dann ein paar in die tasche und kugeln noch 2 das ist das nix erst mal frau nicht so viel ich mich auch allein darüber gibt es auch trocken alles der deck alles trocken wunderbar denke es kann los geht ähm das ist nochmal so ein bisschen so ähm Ja, ich würde 1, 2 für 1 nehmen, ne? Weil 2 ist voll ganz nett, aber Puh, was machen wir denn? Einfach so loslegen oder Mission? Ich könnte Missionen einfach so loslegen. Ich möchte einfach erstmal so loslegen. Ich möchte jetzt keine Mission machen. Einfach mal da gab es noch keine Absätze mehr. Ein großes neues Erwarten. Ich habe aber noch nicht alles gesehen. Die Kraken und so habe ich noch nicht gesehen. Oh, voll. Ja, auf geht's. Wir haben auch den Hafen gesessen. Oh, wow. Oh, wow. Ein schönes bisschen Musik zu haben, ne? Ne, das ist ein Totenschwinger. Das ist ja diese Insel, wo man so ein Schicksal treten kann. Aber wahrscheinlich auch zu 99% sterben wird. Hm. Nicht nur wegen den unzählig vielen Skelettos, sondern auch wegen vielen menschlichen Spieler, die sich da rumtummeln und die sich da für sich alleine äh, sichern wollen. Hm. Ich könnte mein Segel ein bisschen rafft, aber das ist so, nicht ganz so schnell da hinten raus. Um die Lage besser schärfen zu können. Ich hoffe, man kann es auch schlippen, als ich nicht mehr rauskomme. Ich bin ein bisschen so traurig raus, weil ich überhaupt nichts mit Riefer zu tun habe. Ich mache die Buszeit spontan mit nebenbei, einfach mal, so, das finde ich dann, Technik-Zendung, und gucke auf YouTube. So, mal da drüber. So, wir sind merklich leerer geworden. Heißt du, das Spiel ist, äh, wir wechseln? Ich sehe keine Ahnung. Ja, wir können ja schon mal, das ist klar. Da ist noch eine, wo wir so in den Krieg sind. Oh, was? Problem? Ich brauche ein bisschen was, wie wir gehen. Dann haben wir jetzt immer Wasser. Okay, gut. Holz, 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 Holz. Ich bin Holz. Ich glaube, kein Holz. Hä? Was ist da los? Hä, hast du noch falsche Tatsache? Ich kriege immer den. Ich habe mich vergessen. Ich habe jetzt einen Schwindelort. Ich habe noch einen Schwindelort. Ich habe dort ein Schwindelort, und ich habe einen Schwindelort. Dann bin ich fertig. Ich habe einen Schwindelort. Ich kann beim Nachdenken mal wieder mit dem Jetzt habe ich gesehen Ich kann das mal ab Jetzt habe ich gesehen 及 den von den Spitzern Ich kann das mal Und dann Was ist der Daumen? ... ... das ist schon das anfahren der gefährt auf den holz haben wir noch mehr weg? die sind ja irgendwo nicht mehr ne? ich glaube sie sind auch zu viel los wenn sie wieder durchfahren das war's, ich hab's nicht der ist voll horst hier aber die kann nun nicht vorbereitet wieder zurückfragen nur gucken dass er sehen dass wir da in besuchern kommen dass wir nicht zu schlacken aber vor nachteil ist dass wenige spiele da sind nachteil ist natürlich ganz klar dass das komplette feuer auf uns geht lichter aus die lichter maus Was ist das? Was ist der Wind? Was ist der Wind? Was ist der Wind? Wow! Wow oh oh keine Ahnung das war knapp das muss man sich noch ein bisschen so ich hab kein Holz mehr so so oh jetzt lang voraus so wir zurück also irgendwie komme ich da nicht an irgendwie komme ich da nicht an so einfach zu heftig mal jetzt schauen wir mal schauen wir noch weiter alles gut noch ein bisschen Wasser oh ich hab was da wieder ausgefilmt ich glaube einfach Wasser nein ich bin natürlich nicht gemeldet ich bin nicht weiter alleine mit der wieder zu stellen vielleicht noch eigentlich unterstützung da das das ist das ist das das ist das ist das ist das 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 ist 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 das das ist das ist das 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 ist das das ist das das ist das ist das 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 ist das 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 ist das das ist das 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 So, okay, dann kommen wir mal wieder. Oh, ah. Oh, ja, ich habe einen Ruhigen. Oh, ah, ich habe einen Ruhigen. Oh, ah, ich habe einen Ruhigen. Oh, 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 ich habe einen Ruhigen. Da sind wir in der anderen Seite. Da sind wir in der anderen Seite. Da sind wir in der anderen Seite. Wollen wir das? hm ich bin im ich bin ich bin ich bin ich bin Das ist so ruhig. Das ist so ruhig. Das ist gar nicht so ruhig. Das ist doch ein Schaden. Ich kann es nicht mehr. Da muss ich doch Ecken aufmachen. Aua! Ich schieße doch Ecke mal. Ich muss hier weg. Ich bin nicht ehrlich hier. Ich habe einen Öl-Feld. Ich habe einen Öl für einen Öl-Feld. Er ist doch nicht aufmerksam. Ich habe einen Öl-Feld in der vaccines. Untertitelung. BR 2018 Nein, wir sind auch da. da eigentlich ist die schaffung zerstört ich weiß nicht, dass wir hier noch erreichen. Das muss ich einfach mal. Jetzt kommt es, ja. So, was glaube ich denn hier? Oh, die brauchen jetzt. Jetzt kommt es, ja. ich will voll schaden voll auflaufen ich bin voll schaden so warten die spielette auf mich na gut dann werden wir uns gegen kampfmann die spieletten so ich will mal schnell wieder gucken wenn wir schnell noch die Hälfte weg dein Name dein Name Kanunkugeln hast du echt? Kanunkugeln haben wir immer gesehen aber guck mal, ich hab das weg jup, der ist weg guck bei ist mir gut gedient, ne? okay Da sind die Schöne. Ich hoffe, dass wir die Anzahl haben. Oh, das ist so schön. Wer ist das? Wow, das ist so schön. Das ist so schön. Was ist du denn? Ist gut. Noch einer? Wo denn? Na komm, wir feuchte gehen. Hm. Da. Brauch mit Gewehr. Wie feige ist das denn? Hm. War eine lecker Banane drauf. Na gut. Ja, das war's dann. Ähm, ja. Es war eine sehr spannende Folge. Ehrlich. Also. Na ja. Was für uns. Einfach mal was zwischendurch. Was anderes. Zwischen den Sims und Minecraft. Ähm. Und. Echt. Und. Echt. Hier. Obwohl. Und. Ich glaube, das war das ganze ein bisschen auf. Also. Geht euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Na ja. Tschüss. 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 Schau.